Leute, ganz kurz. Theorie und Praxis sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Theoretisch können wir mal davon ausgehen, dass es ja möglich wäre, dass mich irgendwelche, was weiß ich, woher und wie und was, geschafft haben zu reproduzieren. Vielleicht ähnlich wie beim Film Oblivion. Und jetzt stellt euch vor, dass ich eigentlich immer wieder eingesetzt werde, um quasi für Recht und Ordnung zu sorgen und Frieden zu halten. Und irgendwie lebe ich da keine Ahnung wie ein Schaman, manchmal täglich neu und sterbt täglich. Kriegt es gar nicht mit. Aber verdammte Scheiße, dann haben irgendwelche Pissköpfe geschafft, irgendwie mich da irgendwie mal aus dieser Reproduktion rauszuzählen wahrscheinlich dann. Und dann haben die quasi einen Körper von mir gehabt. Und dann haben sie mich irgendwie mit Geist befüllt, und dann haben sie es irgendwie geschafft zu manipulieren. Und jetzt pass auf, das sieht genauso aus wie ich. Ist bloß das übelste Arschloch und hat den übelsten Scheiß vor und ist total manipuliert. So. Okay. Jetzt sag ich euch, die haben vor, mein Leben zu leben in meiner Wohnung, haben die vor, mein Leben zu übernehmen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist vom Herrn Schön, ja. Kriegt da keiner mit. Ach, das hat halt das ganze Universum drauf, was da passiert. Kriegt da halt keiner mit. Nö. Klar. Okay. Lassen wir es mal machen. Ey, die wollen die von dem Plan nicht ab, Alter. Die, 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 die ficken, schau, du musst dir vorstellen, diese Lesbe, wo die ganze Zeit mit mir rumgehangen hat, die Frau, 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 Hahn, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine hier, aus Glas, aus Zellerfeld, ne? Die sogenannte Frau Hans, und so weiter, ne? Genau. Ja. Ähm, die füchelt schon die ganze Zeit mit der Reproduktion von mir rum. Mir macht sie vor, dass sie eine Lesbe wäre, weißt du? Dann sagt ein anderer, dass sie ein Formwandler wäre. Hm. Das könnte natürlich einige Entschlüsse ziehen, aber fuck, Alter, die wollen mein Leben übernehmen. Die wollen anstatt mir in meiner Wohnung mein Leben übernehmen, Alter. Mit meiner 1100 Euro Rente, Alter. Ey, was wollen sie sich da kaufen? Eine Packung Osterei oder was? Hä? Ey, die sind nicht in der Lage, sich irgendwo anzumelden, ja? Weil sie ja quasi eher ich ist, bloß ohne Identität, versteht ihr? Der ist zwar ich, aber ich habe ja die Ausweisdokumente. Und deswegen wollen die mein Leben übernehmen, dass der an meine Dokumente rankommt und der wirklich mein Leben leben kann, das müsst ihr euch mal geben. So. Und wenn sie das nicht schaffen, was sie nicht schaffen werden, probieren sie was anderes. Da begehen sie irgendwelche Straftaten, wo sie dann irgendwie auf der Kamera zu sehen sind. Und da bin ja ich auf der Kamera zu sehen, aber das war ich gar nicht, weißt du? Zum Glück wissen viele, wann ich wo was mache und habe dauerhafte Alibis, weil ich mich ständig mit Menschen unterhalte. Aber ohne Scheiß, Alter. Wenn mir das einer unterjubeln würde, Alter, den tue ich so als Hardcore-Straftaten mit hinstellen, Alter, und erklären, was er für ein Wichser ist, das ist dann verdammt nochmal, ich sage es jetzt nicht wortwörtlich. Ich sage es jetzt nicht wortwörtlich. Ey, wenn ich jetzt welchen in diesem Wort, was ich gesagt habe, einen Strike kriege, gell, soll der, wo den Strike ausgeteilt hat, zu Staub fallen und vorher versteinern. Ohne Scheiß. Wenn ich dieses Wort jetzt gesagt habe, in dieser Situation, wenn man dafür einen Strike gibt, Alter, mache ich gar nicht YouTube platt. Dann ist YouTube für mich nicht mehr erwähnenswert zur Mitteilung über Videos. Dann ist YouTube wirklich komplett Fehl am Platze. Da könnt ihr dann auch irgendwelche Bauanleitungen weiter propagieren, aber dann ist er wirklich rum. Klar? Also, des Weiteren. Es ist einfach feuchtermaßen, ihr müsst euch vorstellen, bei mir wird jede Frau von mir wegmanipuliert, gell? Jede Frau wird von mir wegmanipuliert, die ich kennen dann. Ja, warum? Weil sie auf die böse Seite sein wollen und dann quasi so mein böses Ich, das ja jetzt hier das manipulierbare Ich ist, dass der dann die alle föhlen kann. Da kommt hier keine Ahnung, der hat vielleicht 20% Kontrolle über mein Leben, Alter, und 80% ist digital simuliert, Alter. Und dann genießt er hier den Luxus, Alter, die ganzen Frauen flachzulegen. Sag mal, was ist denn da nicht richtig? Und jetzt vögelte ich hier quasi mit der lesbischen Frau, angeblich lesbischen Frau, ja, die die ganze Zeit bei mir rumhängt, Alter, und hä, was ist denn da nicht richtig? Nee, Alter, ist nicht mehr, ist einfach nicht mehr, Alter, es interessiert mich nicht. Wenn ihr irgendwas in die Richtung feststellt, es gibt sowieso von mir jetzt tägliche Updates, tägliche Videos, ja, wo ich über den Sachverhalt rede, ob er sich beruhigt hat, wie man mit denen vielleicht eventuell immer klarkommt, ob man mit denen reden kann, oder ob man sie einsperren muss, oder ob man denen einfach in die Fresse schlagen muss, bis sie aufhören zu bluten, bis dann nichts mehr rauskommt, ich weiß es nicht. Aber dafür, dass die mein Leben übernehmen wollen, Alter, boah, dafür kriege ich ihn so richtig, richtig Zunder, Alter, das könnt ihr wissen. Ich habe gerade meinem Familie schon mal Bescheid gesagt, dass der ein Bild ist. Meine Mutter streitzt ja alles ab, also sie ist ja auch absoluter Planzieher, absoluter Drahtzieher. Und wenn die Mutter jetzt nicht ordentlich mit mir plaudert über die ganze Sache, ja, und das auch ordentlich mit mir reguliert, so wie ich das sage, nicht wie die das sagen, dann gibt es richtige Achterbahn. Und ihr wisst, was ich rechtlich hochfahren kann. Ich erinnere euch nur daran, dass es YouTube-Anwälte gibt mit 600.000 Abonnenten, die mich mit Sicherheit bei der Sache unterstützen und die Rechtssache euch klar und deutlich definieren. Ja? Dass auch die Herren von Rennleitungen, und ihr wisst, wen ich meine, ja, die im ehemals grünen, mittlerweile blauen Anzug, ja, dass auch diese Herren aus Sonnenberg explizit und Saalfeld auch mal lernen, dass sie was zu arbeiten haben. Und dass sie bei den Straftaten gegen Einzelpersonen, wie bei mir, zu wackeln haben, weil sowas kann gefährlich werden. Klar? Ansonsten sind es Mittäter, die unter Korruption einfach aufhören, Straftaten zu verfolgen. Und da haben wir ein Problem, da müssen wir uns an die Korruptionsbehörde wenden und müssen auf Korruption überprüfen und rückwärts fahrenden. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne des Erfindens ist, wenn wir da quasi die ganzen Beträge nochmal aufrufen, also bitte, ja, wenn irgendwas ist, seid so gut, es wird sofort reagiert, ohne Scheiß, Alter. Die haben damals schon in mir rumgespielt, haben in meinem Leben rumgespielt und waren in meiner Wohnung und dafür hat mich die Sonnenberg-Polizei nach Hibu und die Psychiatrie eingesperrt, ja. Das war dafür, dass die in meiner Wohnung chillen können und mein Leben benutzen können. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Das waren zwei Jahre und vier Wochen, darüber müssen wir uns nochmal explizit unterhalten. Aber das, was hier läuft, Alter, wenn das nicht verhindert wird von allen Seiten, seid ihr alle Mittäter und dann, und dann, wollt ihr nicht erleben, was dann passiert.